so bin ich wieder fünf minuten pause vorbei und steht die bäckerei nein die steht immer noch nicht was brauchen das ding alles zum bauen bitteschön ziegel baustein steinblock wo krieg ich in den baustein her wo krieg ich die bausteine her nicht bei dem bei dem auch nicht was muss ich hier produzieren vier einfache kampfroboter dann arbeite mal die strandstühle steht immer noch nicht so wirklich oder im bau ist fehlstoff hä ich muss es nicht verschaffen okay die neue werft steht ich nehme alles an und ich verkaufe alles immer her damit ich will das haben was ich nicht machen kann schön stopp mal bau depot eingänge innerhalb von depots gegenstände die hier abgelegt werden werden ins depot gebracht ich kann das nur hier platzieren und dann vorgleich in der depot gelagerte gegenstände werden hier her gebracht man ist kein werkzeug sofort gebaut Automatisierung. Und das bauen wir da hin. Und ich will alles haben, was du hast. Okay. Der hat Holz abgeholt. Schön. Ich habe Geld verdient. So muss es sein. Was lagern sie jetzt dahin? Wieder Holzbretter. Äh, okay. Stimmt, das wird, ja, hier. Ähm. Hm. Ich blick da zwar immer noch nicht ganz durch, aber okay. Ja. Ein verstärkter Baustein, der in fortgeschrittenen Gebäude verwendet wird. Produziert in Metallwerkstatt. Ja. Haben wir das? Nö. Haben wir natürlich nicht. Eine Brauerei. Äh. Äh. Das dort hin. Das dort hin. Das dort hin. Und das dort hin. Hm. Was braucht die Brauerei jetzt zum Bauen? Ich brauche auch wieder Bausteine. Das kann ich nicht bauen. Hä? Ich verstehe das nicht. Hm. So. Mal das jetzt machen. Und da machen wir. Hm. Und da machen wir. hin hin. So. Das heißt, dass wir dann die Pflaumen von hier aus da hinbringen können. Da müsste Pflaumenschnaps gemacht werden. So. 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 Jetzt sieht schon ein bisschen übersichtlicher aus hier. Trotzdem verstehe ich das noch nicht so ganz. Eh, warte mal. Nie? Eh? äh, okay Kuh und Schaf ganz kurz ja das Hammer und mit auf Play weitermachen Errungenschaft freigeschalten Doktor Dudel Ja, was ist das da? Deko-Mushroom und ein Schaf. Ja. Ja. Schoko-Milch, Dattel-Milch, Tee. Okay. Okay, okay. Wir sind auf jeden Fall Sachen verkauft, das ist gut. So. Jetzt sind wir hier gerade. Hm. Ja, wir haben eigentlich alles gebaut. Was ist das? Abgebauter Ton. Naja, bringt das doch mal hierher. Ich verstehe das nicht. Rungeschaft freigeschalten, Route 66. Ja. Äh, wir wollen einen Strandstuhl, ja. Da bin ich doch schon dabei, aber ich brauche Stoff. Da kann ich doch hier hinten auch noch ein Lager hinbauen. So. Hier machen wir Schafe rein. So. Hier machen wir Schafe rein. Jetzt haben wir Schafe rein. Und wenn ich hier Kühe bin. Ja, keine Ahnung. Keine Ahnung. Wie komme ich denn an mehr Männchen? Das würde mich interessieren. Ja, keine Ahnung. Ja, keine Ahnung. Äh, nee, gut. Dann so. 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 Also langsam fangen die mal an einzulagern. Schön. Wo bringt denn der jetzt den Stoff? Bitte schön hin. Na, wo bringst du den hin? Hä, warum? Bauen doch die Strandstühle. Du Knallbirne. Ich verstehe das einfach nicht. Die braucht man auch wieder Bausteine. Ne, dann kommt die weg da. So. Ja, ja, ja. Du, 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 du. Du, 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 du. Ich blick hier immer noch nicht durch. Das ist ganz weird für mich. Hier ist Wolle. Bring die doch da hin. Warum bringt die da keiner hin? Ich verstehe das nicht. Ganz seltsam, ganz seltsam. So, und jetzt will ich, dass du damit die Stühle hier baust. Geh die Stühle bauen. Jetzt legt er das da hin. Alter, fehlen Holzbretter. Nee. Hä? Okay. So, wir bringen erstmal nichts mehr dahin. Außer vielleicht von hier. Und von da. Aber das war's dann auch. Gut. Jetzt hast du irgendwas irgendwie so... Das kannst du vergessen. Ja, das kann, das kann, das kann. Gut. Wir brauchen Holzbretter. Äh, hier muss noch der Ton rein. Genau. Rein damit. Das geht dann auch wieder da mit hin. So. Was machst du jetzt? Du hast doch da was in der Hand. Wo willst du damit hin? Was machst du jetzt? Faule Sau. Ah, komm. Ja. Doppelte Geschwindigkeit. Ach, jetzt brauchen wir die Stranddinger. Jetzt auf einmal will ich sie mich verarschen. Mann, Mann, Mann. Was ist denn das da? Endlich hat er mal ein Ziegel gemacht. Ah, ha, 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 ha. Gut, Strandkörbe, äh, ja doch, die Strand... Sind das Strandkörbe? Nee. Strandstuhl Hammer, die sind alle glücklich und zufriedene. So. Holzgriff Steinrohling. Dann... Ja, ha, ha, ha. Ja. Das ist gut. Lärme das doch mal herstellen hier. Äh. Da. Da. Holzteil, einfacher Kampfroboter. So. Jetzt muss es doch langsamer werden. Ich glaube, die bräuchten vielleicht noch ein oder zwei Häuschen. So, gibt es nochmal zwei Häuser. So. Veredeltes Holzteil. Ach du Scheiße, wie macht man das? Holzgriff und Steinrohling. Es wird ja alles hier hergestellt. Holzgriff, genau. Und Steinrohling. Ja, jetzt müssen wir nur noch warten. So. Sugar? Türe. So, Fümmel. Dann kann der Holzgriff da weg. Genau. So. 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 Musik Das ist gerade ein bisschen rührt. Wir machen alles außer Steine. Warum das? Das ist gerade seltsam. Das ist gerade seltsam. Das ist gerade seltsam. So. Das ist gerade seltsam. Aber ohne Steine geht da gar nichts. Und dann bauen Wald noch eins. So. 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 Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht so oft. Warum keine Steine mehr? Ich brauche doch nur noch diese fünf Schaufeln. Ach, Mann! Ich verstehe das irgendwie nicht, warum die keine Steine mehr machen. Ich verstehe das nicht. Das war noch eine scheiß Steinschaufel. Was ist denn das da? Ah, das sind meine Kampfroboter. Oh, ich verstehe das einfach nicht. Oh, ich verstehe das nicht. Ja, ich muss die Exportgüter anlassen, sonst geht ja nicht anders. So, und so, genau. Wow. Hm. 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 Na kommt... Ich bekomme so langsam eine Krise hier. Hier liegen Masse Steine rum, die werden nicht verarbeitet. Warum das? Wenn wir nicht, sind wir nicht mehr so, wie es die Krise hier angeht. Ich schaube einen Schlag. Ich schaube einen Schlag. Ich schaube einen Schlag. Ich schaube die große Krise. Der braucht doch auch Steine, um Sachen herzustellen. Da wird alles angenommen. Oh. Hey, hier wird alles angenommen. Das kann doch nicht sein. Steine. Nein. Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein. Du, 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 du. Dietmar Viehzucht Level 4. Schön. Nein, aber Steine? Hm. Ja, das kann nur da hingehen. Ne. Genau, das geht nur so hin. Und das Lager geht überall hin. Ich verstehe das einfach nicht. Ihr sollt doch einfach nur Steine herstellen. Ey, ich reiß das Lager jetzt hier nochmal ab. Ganz ehrlich, so. 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 Äh. Stein. Das, 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 das. Das. Und jetzt arbeitet. Ach, jetzt wenn hier Steine ringen. Hä? Seltsam. Saja. Ich verstehe das Spiel. Null. Jetzt kann wenigstens so gleich die letzte Schaufel gemacht werden. Hm. 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 Ja. Aaahhh. Dude, du, 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 duä. Ja, die letzte Schauchel wird gemacht Endlich So Dann können wir jetzt auch hier Alles wieder freigeben Und jetzt können wir Just for fun Hier mal was hinzummern So 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 100.000 Geld verdienen So Bis wir aber die haben Mache ich eine Kurzunterbrechung Unterbrechung So 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 So